In den Händen immer nur die Gegenwart keine Zukunft. Es gibt andere, die sagen, die Vergangenheit ist besser. Früher hatten wir eine bessere Zukunft, die wollen zurück in die Vergangenheit. Deswegen ist es toll, dass hier so viele junge Menschen sind, die für eine Zukunft anstehen. Die sagen, wir wollen aber diese Zukunft gestalten.